Das ist ein Mataroff-Magazin drin, dann bleibst du tot im Container liegen. Hey, ich hab ein Zement sagt, hibbi, cool. Hier ist ein Reenforcing, aber ich kann es nicht mitnehmen, ich muss erstmal kurz auslernen gehen. Ich schau mal. Oh, da kann ich es noch. Ja, da, genau, da läuft es gerade so zu. Ach scheiße, der hat das andere auch nicht mitnehmen. Brauchen wir noch einen Treibstoff-Tankteil? Juhu, unsichtbare Mauer, ein Schreck rüber. Kannst du oder kannst du nicht? Sonst nix. Wie viel hat der? Acht? Neun, neun glaub ich. Tja. Da war wohl einer in der Nähe. Passt doch. Ja. 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 Okay, jetzt bin ich voll. Säufer, du! Ja. Jetzt brauchen wir noch eine Batterie. Eine Batterie? Ich hab acht Stück bei mir im Haus. Ja. 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 Da war schon mal ein Reinforcing ich noch in der Garage hab. So sind die leeren Getränkeboden und dann ist er dann ran. So, bin gut oben an der Base angekommen. Das ist Shae. Du und der Wagen? Der Wagen ist auch gut angekommen. Der steht auf der Brücke. Da kam wieder so ein Funky. So, ne. Juh, wieder unsichtbare Maune. Warum drücke ich mal vor? Achja, irgendwo müssen wir nachher mal Zwischen stoppen. Die leeren Kanister, die hier hinten drin sind, gleich wieder vollführen. Drei Scheiben brauchen wir noch Leute, drei Scheiben. Dann ist der Eddie für das nächste Mal schon wieder gesichert mit dem Reparieren. Viermal Zement haben wir. Naja, naja. Okay, dann sind es fünf. Einmal Reinforcing Material. Ein Code-Lock. Aber cool, dass keine Zombies hier sind. Ey, Motor-Teil! Oh, nicht mehr. Nicht bereits von jemand anderem geliebt. Wir müssen mal zurückgehen und wieder rangehen. Jetzt geht's, Fabi. Wir haben noch ein Carwell gefunden. Der was? Ein Carwell. Das runde Teil für das Auto unten. Was machst du denn damit? Ich habe ein Reinforcing. Ja, fein. Da war der Rucksack wohl voll. Das denke ich auch. Dann ist der Kaiser weggepackt. Ich pack dir auch gleich eine. Stell vor, du schmeißt den schönen Rucksack rein und du packst weg. Ja, Kuchen pack ich. Kuchen pack ich wieder. Ne tolle. Mal wieder ein bisschen Verbandsmutter mitnehmen. Ich habe zwar noch ein Haus, aber... Verstehst du, muss ja nicht. Soll ich euch eine leere Dose mitbringen? Eine leere Dose? Ne, lass mal. Okay. Kann ich. Wer nicht will, der hat heute schon einen gegen den Kopf bekommen. Ich habe ganz viel Makarov-Munition geschrieben. Ach, jetzt weiß ich schon, was die Überraschung ist. Ich habe bloß einen Schuss für dich. Eine Kugel. Ein Makarov-Magazin, was er nicht aus seinem Rucksack rausgekriegt hat. Das liegt jetzt wahrscheinlich in deinem Heli. Grillen, zirpen, grillen, zirpen, grillen, zirpen. Wenn er das Handy nicht zur Hand hat, dann sag das lieber. Ja. Der Versuch war ja da. Ich brauche hier noch ein Reinforcing. Ach, siehste. Das Gräppmittel bräuchte ich auch nochmal zweimal. Also, falls das Gräppmittel findet, kann ich auch mitnehmen. Es war nicht so dringend, aber schlecht ist es nicht. Ich brauche den Wagen gleich nochmal. Was sagst du? Ob er den Wagen gleich nochmal braucht. Nö. Nö. An sich nö. 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 Nein, das tut er so denn gar nicht. Du bist jetzt einmal gestorben heute. Nee. Du. Ich bin dreimal gestorben. Wie? Das sagt er mit Stolz. Hast du schön betont. Mach mich nicht besser als ich bin. Ich bin dreimal gestorben. Das tut uns sorry. Wir werden es nicht vergessen. Oh, hier, Essen. Essen ist immer gut. Sardinen. Mögt ihr Sardinen? Naja, einmal war ja nicht mit Absicht. Also einmal war mit Absicht. Das war ja geplant. So, ich mach mal Feierabend. Jo, hau rein, Desshi. Tschö. Ciao, ciao. Herr Desshi, ich werde morgen vielleicht ja mittrinken. Alles klar. Tata. Ciao. User disconnected from your channel. Jetzt bräuchten wir noch ein Reinforcing. Vier Stück liegen mit dem Heli. Hier, ich pack mal zwei Dosen Essen rein. Ja, sammel doch Pick-Exte ein und äh, Äxte. Warum sagst du das nicht gleich? Nee, weil ich es nur jetzt sage. Gleich ist zu spät. Nein, weil er es vergessen hat. Nee, ich sammel die doch schon die ganze Zeit. Was hat der Junge eigentlich in den Kopf? Ich weiß das nicht mehr. Der ist doch bloß im Haare schweigen da bei ihm. Hm, das wollte ich in den Arsch passen. Ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Ihr seid wahrlich ekelhaftig. Wahrlich, wahrlich. Dass ich das Kaiser bin. Kann nur einen Kaiser geben. Ja, der mit der Versicherung. Nee, 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 nee. Der Roland. Der ist cool. Ich mag ihn. Für den habe ich nichts über. Ich auch nicht. Ich war schon mal auf Konzerten von ihm. War deine Oma mit? Nein. War deine Oma mit? Ich hab keine Oma mehr. Der hätte ja sein können. Du hast ja gesagt, du warst schon mal. Ich hab die Oma mit dabei, ne? Ich hab keine Oma mit dabei. Ich hab ja auch mit dabei. Kling, 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 kling. Brauchst du jetzt die Karte dafür oder? Das braucht nicht. Nee, ich packe die Scheiße, die hier oben liegt einfach so da rein. Zieh, nicht V. Zieh. Drücke mal V Ich weiß nicht warum Ich glaube andere Tastatur Reifen und sowas Alles was hier drum rumliegt Packe ich einfach da rein Muss ich nicht Ich packe mal Ich packe mal den Körper Ihr wolltet ja vorhin keine Dose haben Wolltet denn eine Flasche Nein Wieso ist das denn hier Und außerdem Was sollen wir mit der Flasche Ich sieh's doch nicht hier Wo sind überhaupt alle Keiner online ey Ich weiß ja nun nicht Kein Ridder Der ist unten Den hat der Bot verschoben Das wird dann auch mal die Probleme Mehr brauchen wir 10 Minuten zum Verleggen Wenn man diese Ausreden Ja kann ich auch nichts tun Das ist mein Problem Werden den Container hier zugemacht Warum macht die den Container zu? Ich war der nicht Also was ist doch Nein wie warst du die denn? Wie soll ich denn da reinkommen wenn der Container dicht ist? Muss ich auch machen Ja Ich mach mir aber schmutzige Hände Ach ne Hör mal her Man findet hier nichts mehr Ich finde ja alles Lauter drüber Hackeweil Hackeweil? Hackeweil? Ach Hauptfutterfeld Auch das kann ich auch Ne Davon hab ich echt noch Ich hab vom Heli Also bräuchte ein Hauptfutterfeld Oh Es wird eine Ne Fahr lieber Auto Da ist das Auto zwar kaputt aber du nicht Hackeweil 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 Ach du könnt auf den Kaiser können wir doch eh immer verzichten Hackeweil In Sichtigkeit In Sichtigkeit müßt ihr mich doch gar nicht Hackeweil Nö du bist ja bloß geduldet Hackeweil Hackeweil Komm das wolltest du doch hören Nein eigentlich wollte ich jetzt den Liebesbeweis haben Dass du nur sagst dass du dich ganz ganz voll maßen willst Liebesbeweis Soll ich dir mit meinem Puller am Ohr streicheln oder was? Ne irgendwie Ohren hauen Das ist euer Pinsel Hattest du doch nie ein Penis am Ohr Quatsch du was beim Bunde? Warum? Da bin da einer seinen Penis auf dem Schulddeck legt und hab dich abgeschnitten Hackeweil Weißt du was alles nachts da passiert ist wo du mit offenem Mund gepennt hast da Gut dass ich mir zum Mund schlafe Wenn du das wüsstest eh Würdest du mit der Klobürste die Zähne putzen Du? Mäh Der Ballert da Ich Ich hab's mal mit den Tasten mal wieder Ne der hat nicht so gescrollt wie ich wohl wollte Ja auch schon etwas passiert ist wenn ich auch schon so geschaffen habe Gott Ende Oh Halt Der wollte ja eine Pickaxe haben Ne Wie willst du denn deine Pickaxe? Im Kopf? Ne ich setz mich drauf Das ist gut Das ist gut Das steht er drauf weißt Schön in dem Popo Oh Ja Na Kaiserart Und hier zwei Scrap-Metal Und hier zwei Scrap-Metal Ihr müsst mal eine herkommen ich kann ich's mal auch nicht Naja soviel Scrap-Metal brauchen wir auch nicht Tja Brauchen die nicht auch noch die Burg? Scrap-Metal oder man soll reinforcing? Ja dieses Verstekungs-Material Na sag das doch Ne ich muss jetzt einfach mal zum Heli Wo häng ich denn hier? Wo bist denn du? Am Anfang wo das Zelt steht Ich komme Immer diese unsichtbaren Wände Die im Container vorbeilaufen Nix ist Ja wenn ihr noch ein Fuel Oder eine Engine findet Dann sag Bescheid Dann nehmen wir die Karre auch noch mit Ja ein Fuel habe ich Einen Engine hatte ich vorne Aber der ist weggebacken Oh ein Zicklein Ich schieße es Voll in den Arsch geballert Also ungenießbar Was steht da drauf irgendwie In den Leuten was den Arsch zu schieben Gut für die nächste Heli-Rabattur Hätten wir die Scheiben Das ist gut Das ist gut Leute das ist gut Toll verpackt Die Scheiße Man müsste eigentlich langsam pendeln Weil der ist um 8 Aufstimmung Erst vor 8 genug Den ist doch nicht meine Schuld Vor 8 Du Ruhe Mensch Versuchst du deinen Schönheitsschlaf zu kriegen Oder was Wie bitte? Versuchst du Schönheitsschlaf zu kriegen Oder warum willst du eigentlich nichts mehr? Einmal Wir haben uns ein Festival Digga Naja und? Ja wer kommt jetzt mal ein Das Versteckungsmaterial holen Ich bin doch schon am Weg Ja dann lauf doch mal Dann schieb ich dich Ja dann schieb ich dich Ja dann schieb ich mich Ich bin doch auch schon Ja dann schieb ich dich Ja dann schieb ich mich Das kleines Blech Ich könnte das gerne Ja dann geht das gerne ab Ich würde das gerne ab Trink mal was jetzt mal Oh, ein Messer das hier auch gerade eine Zoo-Ausdrücke macht doch mal die Augen auf was Zoo-Ausdrücke du Affe du Rind du Ziegel du Esel Schwanz Popo-Pieke das sind Kaisers Sex-Erfahrungen der letzten Woche gerade gewesen wieso? Ziegel, Esel, Schwanz, Popo-Pieke wenn du willst, was alles auf dem Kästchen wird, abgeht, Alter ne, da brennt der Hintern immer noch, oder? das tut mir auch das tut mir auch aber nicht, denn brennt die Schrift weg ah, bist du der Punkt, der Nougat-Stecher, ja? wie bitte? bist du also der Nougat-Stecher, ja? ich geh auch kaum im Arsch, ja? nach dem Motto, rein, äh, Loch ist Loch rein, muss er durch genau, wie sieht's aus manche Frauen stehen halt drauf ha, 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 ha wie ist das? hä, wie ist das? ja, in dem Motto Das war's für heute. Ich glaube, Ghost muss ich mal einschneiden als Supporter hingehen. Weiß, der wird Supporter, ich werd nicht mal Admin, weißt? Nee. Und Ice-T, der gar nicht kommt, der ist Admin, weißt? Tja. So, ich glaube, wir haben alles, oder? Komm, wir gibt's auch nicht mal online, Ghost. Meinst du, du bist der Admin? Ja, ich zieh's ja auch. Ja, kann ich wissen, dass der so unaktiv wird? Junge, kann ich doch nicht riechen. Nimm mir die Rechte weg und gib mir die. Was willst du denn damit? Alle, die mich töten, ficken? Ja, das wüsste ich. Dann mach es doch wie bisher. Alle, die dich töten, ficken. Okay, soweit müsstest du mir eigentlich vertrauen können, dass ich das nicht machen will. ABER? Ich hab da so'n ABER mitgehört. Ich hab da so'n ABER mitgehört. Ich hab nix von ABER gesagt. Achso, dann war das ABER. ABER-DON. ABER-DON. So, wir haben alles, glaub ich. Was haben wir? Fünfmal Reforcing, fünfmal Zement. Gut, ich komm auf den Weg. Ich mach mir auch weh. Komm zurück. Nein, bitte, komm nicht auf den Weg, wenn da einer ausrutscht tut. Naja, und? Hat die Scheiße denn in der Fresse? Ne, der rutscht da auf dem glitzigen Zeug aus. Naja, vielleicht landet er ja mit drin. Macht mir ja nix aus. Schau mal vor, es ist eine Frau mit dem Minirock, da kriegst du noch ein Kind. Das glaub ich nicht. Hast du denn gar nicht aufgepasst in der Biologie? Hä? Nee. Wie lange Sperma an der freien Luft? Ja, die kommt ja direkt vorbei. Ey! Du, das kam aus der anderen Richtung. Aber genau da, wo das jetzt wieder herkam. Und die wieder herkamen. Ey, du! Klö! Was ist hier, Straßenkampf? Kann's noch laufen, Digga? Ich trete dir gleich einen Aspenpenner. Dann bewirf mich nicht mit Flaschen. Das waren keine Flaschen. Das letzte war ne Flasche. Die Petzel. Oh, ne. Macht euch rein hier. Ne, Mann. Ich bin noch in der Blut. Auch noch. Woher soll ich das nehmen? Geh ins Elpen. Aus mein Rucksack. Aus mein Rucksack. Aus mein Rucksack. Äh. Na warte. Wie ist das? Wie ist das? Hast du einen leeren Rucksack? Wie ist das? So, so. Die Nadelagereien. Der Streichchen rein. Und drücke rein, die Scheiße. Gut so. So, nu aber. Jetzt lass uns mal eben hinziehen und ich denke nur dazu. Was willst du abschießen? Andere Menschen. Ja erstmal das Fundament raus und dann andere Menschen abschießen. Oh ja, da will ich mich noch haben. Ach, wir brauchen noch Holz, ne? Ja. Ja. Steine. Ja. Sollen wir mal direkt dahin? Ja, besser, ne? Nein. Was brauche ich denn da? 25 Stück? Also 30. Ja, holen wir 40 Holz und 40 Steine, dann reicht das. Also wenn ich jetzt tief lege, könntest du ein Holz schlafen? Ich versuch's mal. Wirf einfach einen Haken aus. Ach so, vielleicht nehmen wir einen Baum hin, oder? Ja. Was braucht es. Das war es. So, wie Sie kochen sehen, dann geht's auch direkt? Ja. Und dann gehen wir fünf. Dann gehen wir doch noch mal. Und dann gehen wir. Jetzt wir noch mal in die Luft aus. Ja, du denkst. Ja, du denkst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 I see you Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020